Jo, gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Also, der Ansatz von mir war schon richtig mit den zwei Dusts, aber ich habe dann doch noch einiges vergessen gehabt. So. Also. Das stimmt soweit. Das da unten auch. Nur die Umsetzung hier hinten. Die ist ein bisschen schiefgelaufen. Gut. Auf jeden Fall brauche ich hier noch ein bisschen Platz. Oh, guck mal, Gold. Oh, noch mehr Gold. Cool. So, nehmen wir das Gold mit. Oh, da ist noch mehr. Oh, schön. So. Äh, ja, Eisen hier. Nehmen wir es mal mit. So, gut. Und, äh, lass mich gerade nochmal das wegmachen, damit ich es auch richtig sehe. Hä? So, da kommt ein Block hin. Und da eine Fackel. So, dann hier. Äh, da unten muss ich zumachen. So. Du auch zu. So. Dann hier. Und du weg. Ah, hier nochmal eine Fackel. Da hin. Da hin. So. Jetzt hat, äh, der bleibt frei. Genau. Du weg. Du weg. Repeater. Aber ich gehe mehr. Super. Ich brauche eh noch zwei, drei. Ne, zwei brauche ich noch. Also insgesamt drei. Ähm. Warte mal. Das ist ein Repeater. Zwei. Drei. Dann brauche ich nochmal drei Fackeln so. Ja, zwei Fackeln eigentlich nur. Und, ja. Gut. So, passt es. Zack. Zack, zack. Drei Repeater. Okay. Zwei Komparatoren. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Gut, passt. Jut, jut. So, dann. Ähm. Ja. Da, Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Und ein Repeater. So, und jetzt müsste es klappen. Jetzt müsste es klappen. Äh, der ist gar nicht drin. Gut. Also, du da rein. Und es wird nicht angesteuert. Hahaha. Warum wirst du nicht angesteuert? Moment. Doch, bitte. Er wird angesteuert. Aber ist wahrscheinlich zu langsam. Äh. Okay. Dann haben sie anscheinend irgendwas am Redstone gemacht. Oder ich bin einfach zu blöd. Oh, natürlich bin ich zu blöd. Voll fast nicht. Eins, zwei. Da kommt es alles hin. Mann, ey. Haben wir es irgendwann mal. So. Du weg. Du weg. Du weg. Erstmal alles weg hier. Wo sind die Blöcke? Da sind die Blöcke. Wo sind die Blöcke? Da sind die Blöcke. Oh Gott. Ja, ich höre schon auf. So. Das dahin. Das dahin. Das dahin. So, und wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es einfach sein. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr. Echt. So, achso. So, zack. Nein. Ja, ich bin... Ich bin auch ein Held. So. Ne, das hat schon... Ja, genau. Äh. Moment, Moment. Wo muss ich... Da muss ich hin. Ähm. Da. Da und da. So. Boah. Hey. Was für eine Geburt hier. Boah. So. Komm jetzt. Ja. Man hat gesehen, das ist rot geworden. Und da ist er. Sehr schön. So. Jetzt erst mal hier Redstone. Und er wird nicht rot. Er kommt durch. Sehr schön. Boah. Geil. Es funktioniert doch noch. Mach du raus. Und wenn du fertig bist, dann auch. Gott. Danke. Ist irgendwo noch was drin? Nee. Sehr gut. Oh. Alter, alter, alter. Also. Ich erkläre das mal kurz. Das hier ist die Zuführung von den Items zu der Sortieranlage. Hier vorne direkt wird das Signal abgegriffen. Das mit dem Redstone erkläre ich sofort. Warum das jetzt hier so funktioniert. Und warum das bei anderen Blocken nicht so ist. Gut. Und dieser Komparator guckt, ist da was drin, was eben nicht stackbar ist. Und zwar erkennt er das ja dadurch, dass der Hopper, wenn der mehr als 20% Auslastung hat, gibt der Komparator ein Signal von zwei Blocklänge aus. Deswegen hier zwei Blocklängen. So. Ist da jetzt Redstone drin oder sowas? Gibt es eben nur bis hierhin. Bis eben ein nicht stackbares Item ist, geht das Signal bis hierhin. Weil der Komparator ist ja ein Vergleicher. Er vergleicht den Inhalt von da drin. Und wenn es eben ein nicht stackbares Item ist, kriegt der ein höheres Signal. Und deswegen gibt er dann hier bis dahin aus. So. Der Repeater ist klar, ne. Gibt dann hier das Signal an die Torch Rider. Und da oben an das Redstone. Und der wird geblockt. Wenn ein Trichter ein Signal bekommt, wie hier, der hat ja ein dauerhaftes Signal. Aber dann arbeitet er nicht. So, und das dann, ja gut, hier unten ist klar, ne. Damit eben die Torch da, äh, nicht, ähm, ne, damit die Torch dann ausgeht, wenn da oben ein nicht stackbares Item ist, so. Warum der, der und der jetzt noch arbeitet, ist jetzt einfach, dass der Trichter gibt kein Redstone-Signal weiter. Ne. Normalerweise ist es ja so, wenn man einen Block befeuert, ja. Wenn man einen Block befeuert oder ein Redstone-Signal gibt, ähm, wie jetzt da vorne mit dem Repeater, gibt der Block das Signal an die umliegenden Blöcke weiter. Der macht es nicht. Also hier ist es nur ein Signal. Das Signal geht nur hier auf den Block. Das geht nicht dahin, nicht dahin und nicht da drunter. Fertig. Mehr ist es nicht. So. Und jetzt kann ich da hinten noch zumachen und dann ist es auch schon wieder fertig. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich bloß gucken, äh, äh, da oben muss ich auch so machen. Nein, 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 genau das wollte ich nicht. Ach, Mann, eh. So, okay. So, dann machen wir hier erstmal dicht. Mal da, muss ich nie wieder ran. So. Na. Na. So, ja, komm. Hallo, lass mich raus, danke. Äh, äh, ja, da oben müsste ich nochmal kurz dran, um zuzumachen. Na, das geht wahrscheinlich nicht so, ne? So. Machen wir hier zu. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ob das auch noch funktioniert. Ja. Sieht gut aus. So. Ja, sieht sehr gut aus. Super. Gut, dann funktioniert es noch hier. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Und da brauche ich jetzt wieder mal ein anderes Bild. Äh, das da, genau. So, ähm, wir wollen ja jetzt noch sortieren. Was haben wir denn da noch? Wir haben noch Knochen und wir haben noch Pfeile. Die wollen wir jetzt noch aussortieren. Und zwar einmal hier. Ja. Ähm. Oh mein Gott. Äh, hier. Du einmal und du einmal. Ja, dann kann ich mir den eigentlich sparen. So. Der muss da drauf zeigen. Und der muss da drauf zeigen. Damit die... Oh, hier. Damit die eben auch, ähm, nicht das irgendwo anders hin machen. Sondern eben erstmal behalten. Sobald der was anzeigt. So. Jetzt muss ich da hinten nochmal ein bisschen was aufkloppen. Und dann hier. Und dann muss ich noch eine Etage weiter runter. Ja, komm. Machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Warum nicht falle ich jetzt nirgends irgendwo runter. So. Zack. Zack. Äh. Gehen wir hier noch. Und zack. Äh. Du bleibst. Und du musst dann noch... Aha. Okay. Ah. Hier geht's wieder runter. So. Du. Ihr zwei müsst weg. Und ihr zwei müsst weg. Da müssen nämlich noch zwei Fackeln hin. Da und da. Und dann hier noch Trichter. Okay. Ich brauch noch Trichter. Ich brauch erstmal noch zwei Trichter. Ich brauch noch mehr Trichter. Fällt mir grad ein. So. Ja gut. Das sind jetzt erstmal sechs Stück. Bäh. Dann lauf ich denn schon wieder hin. So. Du kommst mit. Ja. Du kommst auch noch mit. Oh. Das war knapp. Liebe Kinder. Zuhause nicht nachmachen. Nicht runterbuddeln. Wenn man drauf steht. Hm. Klingt zwar komisch. Ist aber so. So. Äh. Ja. Komm. Hier machen wir auch dicht. So. Dann. Bin ich grad im Überlegen. Ja doch. So. Zack. 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 So. Hier müssen noch Repeater hin. Genau. Die zwei. Äh. Ja gut. Den mach ich jetzt erstmal weg. Dann kommt da einer hin. Da einer hin. Und da ein Block. Redstone. Machen wir es hier. Zack. 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 Hier ist es egal. Ob die jetzt miteinander verbunden sind oder nicht. Weil die geben ja immer nur. Ähm. Wenn die mehr als ein Signal geben. Oder als zwei Block Signal geben. Dann wird nur der Repeater auf der Seite angesteuert. Also man kann das so kompakt bauen. Wie ich das jetzt gemacht habe. So. Äh. Hier können wir im Prinzip wieder zu machen. So. Diesmal mache ich hier nicht den Fehler wie da drüben. Dass ich da einfach die Redstone Leitung abklemme. Alter. Äh. So. Gut. Ähm. Sind wir auf der Richtung? Ne sind wir nicht. Ja egal. Gut. So. Dann geht hier einmal einer rüber. Äh. Da geht einer rüber. Okay. Und ähm. Ja hier können wir einen. Ne. Hier können wir nicht da. Muss man. Das seitdem wir nehmen. Ne Trap Chest. Äh. Das können wir vielleicht auch noch machen. Mal gucken. Okay. Ähm. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Kleines logistisches Problem. Obwohl. Ja. Das gehen wir hin. Wir müssen ja noch die Items dann wieder hoch bringen. Ne. An die Kisten da. Da brauchen wir auch wieder Dropper. Oder. Ne. Wie hießen die? Äh. Spender. Entschuldigung. Ich muss mich gerade mal ein bisschen strecken. So. Ja das muss ja auch noch irgendwie hin. Alter. Ja dann nehme ich am besten Trap Chests. Weil solche normalen Chests kann man ja nicht nebeneinander stellen. Wenn ich da Trap Chests nehme. Die kann man dann nebeneinander stellen. Aber euch mache ich jetzt auch erst mal platt. Ihr nervt. Alter. Wie. Stecken die sich oder was? Backen irgendwie komisch durch die Wand. So. Okay. Gut. Ähm. Jetzt. Brauche ich noch. Hier von den Spendern. Wie viel habe ich noch? Äh. Es wird knapp. Oh ja. Es wird richtig knapp. So. Drei ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Ich muss mir wirklich noch ne normale Spitzhacken bauen. Oder ich gehe nochmal zurück und hole mir nochmal Cobblestone. Das könnte ich natürlich auch machen. Ach komm. Dann gehen wir nochmal zurück. Wo haben wir? Es ist Nacht. Schade. 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 Naja. Okay. Ähm. Da könnte man eigentlich die anderen Items hinpacken. Wenn es geht. Oder? Hm. Bin gerade am überlegen. Dann brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. Ja gut. Eisen haben wir genug. Eisen hätten wir genug. Ich glaube ich brauche noch ein bisschen Holz. Wir müssen eh nochmal zurück. Gut. Äh. Wie viele Spender brauchen wir denn? Wir brauchen. Warte mal. Sechs Stück. Müsste ungefähr hin hauen. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube sechs Stück müssten es sein. Ist da jemand? Oh gut. Geronimo! Ich glaube da war eben ein Creeper. Kann das sein? Oh ein Skelett. Sieht aus wie ein Zeuge. Bäh. Lass mich raus. Äh. Ne. Ne. Ich wollte da runter. Holz und Stein holen. So. Dü. 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 So. Pflastersteine. Zack. Ähm. Ich glaube ich brauche noch drei. Spender. Eins. Zwo. Drei. Dann werde ich wahrscheinlich auch ein paar Repeater brauchen. Aber Stone haben wir noch. Und Holz brauche ich noch. So. Zack. Okay. Zwei Stacks Holz noch mitgenommen. Für Kisten. Für die Hopper. So. Okay. Gut. Dann. Einmal hier schlafen gelegt. Und dann gleich wieder zurück. Und eben. Jetzt. Jetzt denke ich dran. Jetzt denke ich dran. Moment. Moment.